es schmeichelt mir direkt mal und schon viele black knights gefunden und gefressen gefressen darauf geachtet ich bin im torsotwistigen awesome unterwegs ich kann gar nicht drauf und weg und du gehst ultra dacca aber sind das nur vier vier aber wir haben ja auch ein mit ultras glaube ich der links von mir der kollege das hier eigentlich auch sehr hilft das sieht auf jeden fall beeindruckend aus wenn du schießt ich habe gerade angesucht machen wir noch mal oder hast du nicht so viel munition ja sieht cool aus den shadowhawk kann man auch ganz gut mit drei ac2 spielen ja den habe ich auch nicht umgebaut seitdem ich den habe der steht immer mit 382 jahren im hangar aber leider ist damit wohl ac5 und auch sehr cool also fast noch effektiv ich fahre richtig gerne ja nicht mal so die kann das was ich ja ja ich gebe doch nicht weil ich war nicht bei meinen jungs hängt euch jetzt wenn es holt ab hier oder was macht jeder aber so richtig so ich bin die ganze zeit nur 50 gelaufen ich habe gar nicht vollgas gegeben ich bin fast da ich bin fast da meine feuerkraft viel umbestimmt vermisst wenn ich da mal über dich rüber und oben drauf dann ich habe letztens gelesen dass das verboten ist auf anderen weg zu stehen ich bin noch überlegen ich habe ja ein gameplay video hochgeladen wo wir das machen ob ich das wieder rausnehmen muss ist entgegen der raven auf der anderen seite wir haben ein speck hier oben ist viel schlimmer gegen dem wie man spielt oder so weiß gerade gar nicht mehr genau was die begründung war ich habe sie voll im lock du musst da raus die mir dabei ist ein black knight auch noch ja kommt zurück kommt zurück haben wir nichts mit ecm hier oder oder wie oder was tatsächlich ein strike bei die knebel lauf das ist nicht das problem mit dem laufen brauchen mal oder wir brauchen mal leute die da hinten auf den hügel schießen können auf den raven der markt kannst du das kannst du bestimmt machen ja genau oder auch noch mal mit drauf man geht was er hat sich gerade auf dem staub gemacht der sack aber das noch ein zweiter und ich habe gerade gesehen hier die neuen h9 das sind wir auch noch mal zwei so ekelhaft diese i a large later raven sniper ich hoffe tatsächlich also es mag zwar eigentlich ein guter okay sein lassen sich bereit sie kommen aber ich hoffe wirklich dass es mit dem balance sink also mit der überarbeitung von dem mac balancing ein ende hat weil so schnell unterwegs dann auch noch mit ecm und zwei i a large laser haben ich habe hier ein ich habe hier ein ein handschback ich komme wo man zu dir den 4 sp mit zwei sm602 smallpool schlässer was mit dem los ist ein ua v oder tatsache so das ist da und noch fertig oder naja die raven schießen auch auf mich so ich habe ihn ja eingekesselt okay zehn ich mache mir mal gleich vorher richtig angst so die kraft den center auf jeden fall auf und orange ich komme aber auch nicht mehr weg von dieser position noch ein ua v jetzt gerade absolut kein aiming sie fangen an zurückzuschießen die zeus ist offen der zeus auf h9 ist offen und die krabbe ist auch offen und rot rechter torso und torso mit der offen die können wir rausnehmen hat den xl engine glaubt ihr nicht seitentorso für seitentorso ha 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 er kann sein tor so nicht nach oben und nach unten drehen ja das ist ein bisschen benachteilt aber ansonsten ist das ein sexy beast schon so jetzt holen wir uns die kleinen scheißsächen dahin da bin ich dabei der kleine raven der hat schon genug ich muss erst mal muss ich mir den anspekt fallen und den habe ich jetzt so gut gefressen mensch oder sowieso gleich hinüber nein ich komme nicht hoch ich bin direkt für den awesome der läuft die stelle als ich aber ich komme nicht hoch war das kilo warte mal ist das ist ja oben der hand ich habe ihn ich habe ihn er mir das bein abgenommen und black knight ist hier noch ich habe ihn weggeleifert ach tatsache da habe ich gleich gesehen die meldung da kommen hier kleiner bleibt da hinten die silhuette von black knight auf entfernung hat ein bisschen was vom gladiator oder wenn ich glaube ich jetzt ist da und black knight ist da und raven kilo der raven auf 10 vorhin noch ein hellbringer 10 ich schieße gerade auf den raven falls gerade jemand an frei hat mal eben posten bitte ich gehe jetzt mal nach einem bein unterwegs wer schießt auf mich ja der klein der haut ab wo steht und da kommt auch irgendwas genau bringe die mit dem offizienter alpha oh mein gott die lebt immer noch die krabbe den will ich haben bitte bitte gib mir den daubringer j9 j9 haben wir noch was was ein geiler akzent jawoll wer schießt mir den rücken arschblock der erste hellbringer direkt rechts von dir der raven ist auch gleich down die hat beide beine auf den unten seiten torse ich mache es aber nicht mal ganz über die karte weil ich habe es sollte der 90 läuft mehr 85 dass ich komme daran alle weg ich habe 380 xl in diesen awesome eingebaut und das läuft das funktioniert echt mal die rest verrückter vogel gefunden ist fressen ja ich weiß aber es funktioniert herzlich selber das rechte bein gebrochen ist runtergefallen auf uns 12 zu 3 steht es war ein spannendes match läuft der weg läuft ja hier kann